Im Fantasy-Abenteuer «The Man Who Killed Don Quixote» gibt Jonathan Pryce einen alten, verrückten Mann, der seit einem Filmdreh in seiner Rolle feststeckt und tatsächlich glaubt, Quixote zu sein. Pryce selbst verdankt es minderglücklichen Umständen, dass er heute den Ritter geben darf. Bereits im Jahre 2000 stand Regisseur Terry Gilliam mit John Rochefort und Johnny Depp in den Hauptrollen am Set. Doch der Dreh musste wegen schlechtem Wetter, Krankheit und finanziellen Engpässen gestoppt werden. Auch wenn Terry all die Jahre die Bilder dieses Films in seinem Kopf hatte, ist er am Ende über seine Vorstellungskraft hinweggegangen. Gerade weil ich nun Quixote bin, hat der Film ein anderes Leben angenommen. Und dieses Leben ist gefüllt mit bunten, skurrilen Bildern, was den Streifen zu einem aberwitzigen und unterhaltsamen Erlebnis macht. Ein typischer Terry Gilliam-Film, bei dem man nie weiss, welche Verrücktheit als nächstes kommt. Nicht bewegen, bleiben Sie so lieben. Ein bisschen das Liebesglück.